Und damit, willkommen zurück zu einem neuen Part Super Mario 64. Und heute machen wir hier, genau was, ähm, den können wir noch nicht machen, der ist nicht da, dann machen wir hier gleich mal die 100 gelben Münzen. Ja, hoffentlich. Und natürlich 8 Routen, auch gleich in der Kombi. Und ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise ich werde mir wahrscheinlich Gäste dazuholen, wenn ich... Das müsst ihr nicht in die Kommentare schreiben, denn wenn ihr das Ganze hier seht, habe ich das Ganze schon fertig aufgenommen. Und deshalb ist es eigentlich egal, aber ich werde auf jeden Fall irgendwann Gäste auch dazuholen, denn die 100 roten Münzen pissen als ob. Ach komm, ist nicht witzig. Ja, auf jeden Fall Gäste hoffentlich auch dazuholen. Ja, hoffentlich will jemand. Ich mag keiner, nee, Spaß. Auf jeden Fall kommen auch irgendwann Gäste dazu. Hoffentlich. Wenn ich, wenn ich die Lust drauf habe, äh. Wird mir nicht letztes Mal sogar schon die roten Münzen holen. Ist gar nicht sicher. Bin mir jetzt gar nicht... Jetzt, geh doch hier da rüber, bis dich, du kleiner... Sch, Kamera. Kamer... Kamera. Komm on. Ha. Okay, so geht's auch. Ähm, dich hol mir auch gleich, wenn's sein muss. Und flieg natürlich runter, war natürlich wieder klar. Fick dich. Oh, nee. Wollte ich eigentlich jetzt durch den Schlag killen, aber ist egal. Oh ja, jetzt 33 Münzen. Wie viele rote? Vier. Fünf. Wo sind noch rote? Einer fällt mir, den ich übersehen habe. Also da... Hier ist doch einer. Oh. Fick. Ho. Ich glaub, ich hab schon alle. Denn dann werden wir... Ja, hier ist einer. Und die achte ist... Wo? Ich geh lieber nochmal nach oben. Ich glaub, die sind... Achso, ich weiß schon, wo die achte ist. Ich weiß schon, wo die ist. Ja, ich komm hier hoch. Ich glaub, ich weiß schon, wo sie ist. Achso, ich muss hier ja gar nicht hoch. Ich muss hier runter. Nein, Kamera. Ja, Kamera. Danke schön. Und jetzt müssen wir noch in die Rutsche, um da auch noch ein paar Münzen abzusahnen. Wenn wir hier rüber... Wenn wir hier rüber... Wo kommen wir hier runter, wenn wir springen? Oh ja. Ja, 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 ja. Ist gut. Und jetzt auch so weit wie möglich hier nach vorne. Ja, aber doch zu weit. Aber läuft. Halt, 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 halt. Läuft hier bei uns. Das dachte ich mir ja gar nicht so gut läuft. Okay. Hm. Das dachte ich mir gar... Hey, chill, mach ja keinen Blödsinn. Und jetzt sehen die Rutsche rein. Ist der Pinguin da? Ja. Die können wir einfach so skippen. Und dann versuchen, diese Münze zu holen. Und versuchen, so viele Münzen wie möglich zu holen. Lol. Okay, haben wir auch welche mitgenommen? Easy, cheesy. Wir sind noch ein Haufen. Sollt eigentlich locker hinhauen. Ja, haut hin. Haut hin. Als ob. Aber jetzt kommt dieser Sternsicher mitten auf der Strecke. Spring einfach. Okay, aber ich komme da, glaube ich, wieder so einfach hin. Komm. Ja, so. Hol dir diesen verdammten Sch... Als ob. Was denn? Ich kann ihn jetzt nicht holen. Aber wieso denn? Darf ich jetzt die Rutsche nochmal machen? Ist das schön. Die Rutsche sollte man eigentlich als erstes machen. Ba, 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 ba. Und ich rutsche her. Oh, nee, wieso bekomme ich den nicht? Ich will ja aber auch nicht mehr sterben. Okay. Mach' mir die scheiß Rutsche halt nochmal. Ist mir eigentlich auch egal. Brauch' mir eben nur Lenk... Ja, gib mir den Stern. Ist mir auch eigentlich egal. Bla, bla, bla. So, dann mach' mir aber jetzt den Skip. Den ich hoffentlich noch weiß vom letzten... Ne, nicht hierhin. Nicht hierhin. Und ich trau' mich nirgendwelche Abkürzungen zu nehmen, denn... ... könnte total schief gehen. Wir haben die 100 roten Münzen. Roten Münzen. Ja, ist wieder klar. Ah, die Versprecher sind so gut. Und... Jetzt, ja, du stehst noch immer hier. Piss dich. Ja, ich kann jetzt auch ein paar Münzen sammeln. Easy cheesy. Weil ich weiß, sollte ich hier dann runter... Oder wo muss ich denn eigentlich dann runter, damit ich hier... Sind dumm, wenn ich ein Skip machen kann. Ich weiß es nicht. Als ob... Als... Als ob das gerade passiert ist. Nee. Was? Was zur... Wa... Nee. Okay. Ich kann euch das jetzt tun. Ich darf jetzt noch mal sammeln. Und ich glaube, ihr habt keine Lust da drauf. Hoffentlich. Ja, wir sehen uns noch einen kurzen Cut wieder, wenn ich zwei Sterne habe. Und hier haben wir den... Äh, 100... Äh, gelben Münzen Stern schon mal. Ja. Schön. Ja. Und gleich noch die roten Münzen. Okay. Letzter Sprung. Halb. Zuerst mal die Münze holen und dann hier rüber. Denn das will ich jetzt noch. Was? Da wäre noch ein blauer Münzschalter gewesen. Als ob. Das wäre jetzt ja mega easy. Come on. Please. Und damit haben wir 21 Sterne und diese Welt abge... Nö, wir haben sie noch nicht abgeschlossen. Es fehlt noch ein Stern. Noch gar nicht. In jedem Part eine Welt läuft eigentlich bei uns. Obwohl wir ja... Doch, im ersten Part haben wir auch schon eine Welt abgeschlossen. Ja. 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 Jetzt nur noch... D... Hier. Und ich sag's gleich mal vorweg. Ich... Das ist eigentlich so... Ich kann mich so null an irgendwelche Sterne erinnern. Und ich werd... Wahrscheinlich... Fahr schneller. Nein, ich glaub das zählt nicht mehr. Der Typ kommt nicht her. Wetten. Soweit ich weiß, zählt kommt der jetzt nicht. Ich glaub ich kann die Mission neu starten. Ja. Kann ich. Ja, kann ich. Ist das schön und das nicht... Ah ja, nee. Wenn's so gut läuft, dann werden wir in Part 5 schon erst einen Bowser machen. Und was weiß ich... Mach das alles easy. Easy. Easy mach das. So, blablabla. Ja. Und ich muss gleich wieder niesen. Warum? Es ist meine erste Aufnahme. Wieso wieder niesen? Oder... Es liegt einfach an Mikro. Die Nase kratzt davon immer viel. Komm. Und jetzt nicht runter springen. Mach keine Kacke her. Wir lieben dich alle Mario. Komm her. Bruder. Nein, komm her. Ja, brav. Jetzt können wir jetzt so sehen, wie dieser Typ... Bam. Easy. Easy. Ja, komm. Komm, rede. Ja, ja, ich bin jetzt wieder ganz. Juhu, ich habe ja meinen ganzen Körper her. Ja, schön. Und haben wir jetzt 22 Sterne. Easy. Easy. Ja, in dem Part sind noch nicht so viele Sterne jetzt gefahren, obwohl es eigentlich dennoch läuft. Drei Welten abgeschlossen in Part 3, obwohl wir nicht nur bei der Hälfte sind. Ja, na gut, ich cutte ja auch einiges, aber das mache ich nur, weil es war ich sowieso nicht interessiert. Und welche Welt mache ich jetzt sowieso nicht? Und welche Welt mache ich jetzt hier mal? Ich mache einfach mal die hier. Hier kann man auch noch Sterne machen, also es ist eigentlich keine richtige Welt, das ist so eine geheime Welt. Warum man hier dennoch einen Stern braucht, keine Ahnung. Nur damit man sie halt nicht als erstes machen kann. Hier einfach rein. Und dann haben wir hier eine schöne, äh, wie heißt sie? Rutsche. Und als Kind habe ich das hier nie geschafft, einfach. Denn wenn man unter 21 Sekunden ist, bekommt man auch noch einen Stern. Ich habe das nie geschafft als Kind, ich verstehe es auch selbst nicht. Wer weiß, ob ich es überhaupt jetzt schaffe, aber seht ihr, wie easy das eigentlich ist. Ja, eben. Einfach easy. Ich habe das als Kind, bzw. jetzt überhaupt in letzter Zeit nicht geschafft. Es ist so ein Blödsinn. Ja, blablabla. Ein geheimer Stern. Oh mein Gott, der ist so geheim. Den kennt ja auch keiner. Ja, 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 ja. Wir haben schon ein Zehntel der Spiele durch im Part 3. Schön. Läuft doch. Hier bitte rein. Da danke. Und jetzt können wir auch cheek, runter. Komm, wir rutschen ganz chillig. Obwohl, wir geben einfach Gas. Das ist eigentlich die einfachste Rutsche der drei Rutschen, die es hier gibt. Das soll eigentlich die einfachste sein, weil es ja auch irgendwie die Anfängerrutsche eben schon wieder geschafft. Obwohl ich mich jetzt nicht mal bemüht habe, schnell zu sein, sammeln die Kacke ja nicht ein. Und jetzt ist der Richtige drin. Easy. Ja, eigentlich easy. Und ich entschuldige mich für die Hintergrundgeräusche im Part 1 und 2 wahrscheinlich. Liegt daran, dass ich Bittra ein bisschen zu hoch hatte, weil Laptop ein bisschen ausgerastet ist. Und jetzt machen wir die 1, 2, 3, 4, die haben wir alle abgeschlossen, machen wir die hier. Ja, das ist eigentlich die Sinnvollste. Geht eigentlich easy voran. Ja, jetzt gehen wir hier rein. Und mache erstmal den Stern hier. Ach nee, der ist glaube ich auf der anderen Seite. Oder doch nicht. Komm. Nee, der ist hier gar nicht. Aber einen 1-Up will ich auch gerne haben. Die 1-Up speichert sich ja eigentlich nicht hier. Aber weil ich ja Safe State, beziehungsweise ich setze mir meinen Safe State nach der Aufnahme. Natürlich. Und die wir genau hier anfangen können, wo ich vorhin war. Und deshalb, ja. Ich würde natürlich auch gerne mal einen Hack zu dem Spiel spielen, wenn ihr wollt. Ich könnte auch überhaupt mal Hacks bringen. Aber, ja, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr sowas überhaupt wollt. Ob ihr sowas überhaupt wollt. Okay, wieso schwimmst du gerade so schnell? Ich glaube, ich habe eine Taktik gefunden. Ja, ich meine... Ja, genau so. Oben, unten, ja, bla bla bla. Sind schon vier? Ich will sie einfach acht rote Münzen sammeln. Ich vertue mich echt immer mit roten... Die blauen Münzen, die merke ich mir damit, dass die hier... Aber der Rest ist behindert. Der Rest, den kann ich nicht. Den kann ich einfach nicht. Also, ich kann nicht unterscheiden. Ich kann echt nicht unterscheiden. Ich kann echt nicht unterscheiden. Sieben, und da drüben ist noch die Acht. Ach, easy. Easy. Und da wird die Acht. Und damit bekommen wir den 25. Stern. Joa. Er wird mal sagen, es läuft ganz leicht. Ich bin auf jeden Fall schneller als beim normalen Durchspielen. So wie es aussieht. Ja, so soll es auch aussehen. Ja, wieder in einem geheimen Stern. Und jetzt beginnen wir noch mit Jolly Roger Bay. Und hier ist einer der... Ja, einer der epischsten Soundtracks. Das Ganze überhaupt, beziehungsweise die epischste Soundtrack. Und hier wird mal sagen... Kann ich... Äh... Ich kann... Ihr hört einfach. Ihr hört das sowieso so laut im Hintergrund. Sollte es schon laufen. Alter, hört euch das an. Das ist so... Komm, ich bekomme gerade Gänsehaut. Alter, please. Und hier wirst du jetzt einfach den Aal hier rauslocken. Komm. Ja, komm. Dieser dumme Aal. Ich hasse dich. Ich hasse ihn einfach. Ich... Alter, geh please hoch. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Alter. 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 Oh. Heiliger. Hoden. Und ich weiss nicht, wie man ihn rausbekommt. Ich weiss nicht, damit man, glaube ich, hochschwimmen muss. Und so geht das. Richtig. Schnell rein da. Rein, 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 rein. Ja, wir sind drin. Und hier... Reihenfolge sollte ich jetzt auch noch wissen. Eins. Äh... Zwei. Sollte alles noch laufen. Sollte ich alles auch wissen. Wartet. Ja, komm. Schwimm weiter. Schwimm. Lies weiter. Und hier noch der letzte. Und jetzt hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Ja, hei, hei, hei. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. 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 Schnell, 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 schnell. Okay, ich peile die Plattform hier an und die schaffen wir auch. Läuft easy. Läuft easy. Ja. Haben wir es schon geschafft. Und habe auch noch diesen Stern. Einen Stern machen wir noch und dann macht das. Ja, ich würde was sagen. Wieder sieben Sterne in dem Pfad. Es läuft ganz leicht. Es läuft ganz, ganz leicht. Ich könnte you come out to play. Nee. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt machen will. Ich hasse ihn. Ich muss den Aal rauslocken. Irgendwie der andere nur. Ist der noch behinderter. Wenn ich den fast freischaffe, dann wird was Schönes geschehen. Nee, passiert gar nichts. Ich erzähle nur Blödsinn. Aber auf jeden Fall. Egal. Wo bist du denn, du schöner Aal? Da drüben ist. Ich hasse ihn. Feuer nochmal auffüllen. Nee, LZD. Luftanzeige. Schön. Schön. Wo ist der? Ach so, hier. Hallo. Komm. Bemüh dich. Und hol diesen Scheißstern. Der hat nämlich an der... Am Schwanz, ja. Am Schwanz. Als ob... Ich hab ihn. Ich hab ihn. Easy. Easy. Alter, was läuft? Was läuft denn in den Let's Play hier? Ich bin einfach... Ich bin einfach so viel fucking besser als normalerweise. Wo ist der Stern jetzt? Hallo? Er wird gerne den Stern... Hier ist der. Heilige. Shh. Kackwurst, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Und da habe ich 28... Äh, 27 Sterne, so. Und ich werde mal sagen, im nächsten Part... Machen wir diese Welt dann natürlich zu 100% auch wieder fertig. Und... Da... Ja. Das war's dann auch. Ja. Hau rein. Du bist zum nächsten Mal bei... Super Mario 64. Tschüss.